Noch 90 Sekunden bis zum Start, noch 90 Sekunden bis zum Start. Das Startsignal kommt drei Sekunden vor dem Start. Noch 60 Sekunden bis zum Start. Seid ihr alle klar für die Halster? Ich will eure Arme sehen, seid ihr klar für die Halster? Noch 30 Sekunden bis zum Start. Auf die Grenzen! Und das Wettste zählt mit über 700 Tagen nach dem Deutschen Meisterschaft. Auf den Weg! Und es sind noch nicht mal 20 Sekunden bis ihr über die Startlinie gekommen seid. Ich glaube das ist akzeptabel. Ich bin schon seitdem. Mein Kommenspieler sieht alles super aus! Die Fahrt und die Heißner! Was für ein tolles Bild! 5500 gemeldete Annehmer, viel Spaß, bestes Wetter, grüßen wir die Alterschöne, wir sehen uns bei euch in Berlin da!